Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play Internet Games. Mit dabei bin ich wieder, Superdandy2303 und wir spielen jetzt Gewehrlicher Kunstflug. Ah, warte, ich mach die Masse noch weg. Oh ja, und das ist jetzt mein vererstletztes Spiel, wo ich jetzt noch bei Let's Play Freak dabei bin. Und dann, ja, spielen wir so, oder? Ja. Okay, also ich bin, ah warte, mach die Maus weg, ich bin der Schwarze. Und Aaron... Ich bin innerhalb der Anderen. Der Andere, also Aaron ist nicht in meinem Team. Die Roten gehören zu mir und die Anderen gehören zu mir. Also, warte, das da ist Aaron, der Blaue da, der da. Das ist Aaron. Tschüssi. Ich hoffe, ihr habt ihn jetzt erkannt. Ja, wo bin ich? Hallo. Also. Also, ja. Kurzt du! Was musst du tun? Alter, ich brauche, ich... Noch deinen kleinen Schwerpunkt. Ich brauche schon. Noch deinen kleinen Schwerpunkt. Alter! Warum lenkt er nicht? Okay. So. Kann ich eigentlich meinen Anderen zerstören? Hm, nicht, nicht, dass ich wüsste. Ah. Scheiße. Ich bin noch übrig. Und ich frau... Sobald du tot bist, hat dein ganzes Team verloren. Verdammt! Verdammt! Ich hab noch gewonnen. Aaaah! Okay. So, starten wir in die Runde. Mit uns, der andere ist. Lass mich! Ich krieg dich! Lass mich doch so weit! Ich hab dich noch ein paar Mal erwischt, Mann. Lass mich! Ja, ich start gleich. Ich muss dich töten, sonst verliere ich. Ah, verdammt! Ah, ich hab zu spät gecheckt, dass du umgedreht bist. Ja! Ja! Wir kollidieren gleich! Nein! Ja, sie haben dich abgeknallt! Ich hab wieder gewonnen. Ich bin so schlecht gewesen. Ja genau, er erwischt mich und ich ihn nicht. Doch, du hast mich auch erwischt, aber ich frage noch nicht. Ah! Verdammt, ich rauch schon wieder Schmerz. Ah! Du rauchst? Ja. Wusste ich gar nicht. Warum rauchst du denn? Ich bin so... So... ...mongo. Ah, verdammt! Ah! So hat es gegen den Boden geschlagen. Alter! Und da? Die Steuerung spacken bis in die Multiplayer. Ich baller erstmal deine ab. Ich deine direkt! Und ich... Naaainn! Ich baller alles ab, was mir in die Kühe gebraucht hat. Ich qualm schon, Mama. Diese Maschine wird tot zwischen. Ey! Ah, scheiße. Fuck. Ah. Aufbetten. Ja, die Runde verliert sich das wahrscheinlich wieder, weil gegen ihn hat kein Storz. Ah, tot. Gewonnen. Nein, scheiße. Abhauen. Ah, fuck. Ah, nee, ich bin tot. Tschüss. Ah, fuck. Ich nehm Droge. Warum? Ich hab dich genau zeitgleich angefangen abzuwannern. Verdammt, verdammt, verdammt. Ja! Nein, unfair. Unfair. Äh, ist das eigentlich immer dasselbe Level? Ja. Ach so, ich dachte, das wechselt immer. Ah, ja, stimmt. Ah. Ah. Lass mich entfliegen. Alter, komm, dreh dich bitte. Ah, du bist tot. Nein. Doch. Wann beenden wir? Gesundheit. Entschuldigung. Ähm. Ähm. Mach's ein paar Runden. Ja. Ach, fuck. Komm, wir... also, ich würd' sagen, jetzt... Ah, wüffeln? Ja. Alter, die Steuerung kotzt an. Manchmal, manchmal erkennt du's einfach nicht, die Falltasten. Ähm. Wo bin ich? Wo bist du? Hä? Wo bin ich? Ja, lol. Dann schieß ich halt deine drüber. Wo bin ich? Ah, da bin ich! Nein! Tadadam! Tot. Hilfe, ich erwisch mich immer am Raten. Wow. Ja, die Steuerung... Alter! Verdammt! Nein! 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 Okay, ich würd' sagen, nach der Runde ist es dann beendet, oder? Ja. Der, der jetzt gewinnt, der hat allgemein gewonnen, okay? Ja. Weil ich hab' keine Ahnung, wie oft wer gestorben ist. Oh je, wir qualmen beide schon schwarz. Oh verdammt! Oh verdammt! Oh verdammt! Wo bist du? Wo bist du? Achso, du bist der, Mann! Ich erkenne das aus. Ich bin jetzt ausgewinnn! Ich bin jetzt ausgewinnn! Ich erkenne das auch nicht. Ah! Nein, du Arschloch! Hälf mir, du Spocki! Ja! Du Spocki! Ich hab' gewonnen! Mann! Dieser Spocki! Also, dann sehen wir uns... Nein, halt! Dann seht ihr Let's Playfreak in seinen weiteren Spielen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!